Ihr dürft euch gerne setzen. Bist du schon mal zu etwas zu spät gekommen? Also so richtig zu spät, mit Konsequenzen und so. Vor einigen Jahren, da ist mir sowas passiert. Ich hatte ein Treffen in der Nähe von Frankfurt, ein bisschen außerhalb. Und wollte mit dem Zug dann zurückfahren nach München. Und das Treffen hörte überpünktlich auf. Sogar vor der geplanten Zeit. Und ich dachte, Mensch, toll, die Zeit nutze ich. Ein guter Freund war mit dabei und wir haben uns ein bisschen noch unterhalten, haben uns noch einen Kaffee zusammengesetzt. Und dann guckte ich irgendwann auf die Uhr und sagte, naja, so langsam ist Zeit, dass ich mir auf den Weg mache. Hat mich noch zur S-Bahn gebracht, die mich dann zum Hauptbahnhof bringen sollte. Und ich dachte, ach, ich liege gut in der Zeit, so 20 Minuten müsste ich ungefähr am Hauptbahnhof noch haben, bevor mein Zug dann losgeht. Und die S-Bahn fuhr auch ohne Probleme. War alles gut. Kurz vor dem Hauptbahnhof habe ich dann mein Ticket nochmal rausgeholt, einfach um die Sitzplatzreservierung zu überprüfen. Und ich hatte ein gewisses Aha-Erlebnis. Die Abfallzeit des Zuges war eine halbe Stunde früher, als ich irgendwie meinte, zu erinnern. Und da dachte ich, Mensch, hoffentlich kann die S-Bahn nochmal richtig Gas geben und das wird noch was. Oder die Bahn bleibt bei ihrem Schema und kommt einfach zu spät. Ich bin also noch guter Hoffnung aus der S-Bahn raus, gesprintet, was das Zeug hergab und sah den Zug nur noch wegfahren. Es war zu spät. Und es war unaufhaltsam, der Zug fuhr. Nun, heute kommen wir zu einem Predigtext, der uns davor warnt, dass eines Tages ein Tag kommen wird, an dem es für manche, um im Bild zu bleiben, zu spät sein wird. Dann wird der letzte Zug abgefahren sein. Und durch sein Wort sagt uns unser himmlischer Vater, dass dieser Tag, dieser Tag des Herrn, unerwartet kommen wird, überraschend, für manche schockierend kommen wird. Er wird unaufhaltsam kommen. Und deshalb ruft uns unser Predigtext dazu auf, jederzeit dafür bereit zu sein, auf Christus zu vertrauen. Und wir sollen einander dabei anspornen. Das ist, kurz gesagt, wirklich die Zusammenfassung des Predigtextes, den ich uns gleich lesen werde. Der Tag des Herrn kommt unerwartet und unaufhaltsam. Deshalb sollen wir jederzeit bereit sein, und im Licht leben, auf Christus vertrauen, untereinander dabei anspornen. Ich lese uns den Predigtext aus dem ersten Thessalonicher Brief, Kapitel 5, die Verse 1 bis 11. Von den Zeiten und Stunden aber, liebe Brüder, ist es nicht nötig, euch zu schreiben. Denn ihr selber wisst genau, dass der Tag des Herrn kommen wird, wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen, es ist Friede, es hat keine Gefahr, dann wird sie das Verderben schnell überfallen, wie die Wehen eine schwangere Frau, und sie werden nicht entfliehen. Ihr aber, liebe Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass der Tag wie ein Dieb über euch komme. Denn ihr alle seid Kinder des Lichts und Kinder des Tages. Wir sind nicht von der Nacht noch von der Finsternis. So lasst uns nun nicht schlafen, wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Denn die schlafen, die schlafen des Nachts und die betrunken sind, die sind des Nachts betrunken. Wir aber, die wir Kinder des Tages sind, wollen nüchtern sein. Angetan mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Denn Gott hat uns nicht bestimmt zum Zorn, sondern dazu, das Heil zu erlangen. Durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit, ob wir wachen oder schlafen, wir zugleich mit ihm leben. Darum ermahnt euch untereinander und einer erbaue den anderen, wie ihr auch tut. Ich möchte beten mit uns. Himmlischer Vater, danke für dein Wort, das uns manchmal Dinge sagt, die uns vielleicht im ersten Moment relativ weit weg zu sein scheinen. Wir wollen dich bitten, dass du uns heute erkennen lässt, dass dieses Wort dringlich ist. Herr, ich bete, dass du mir hilfst, nur das zu sagen, was uns erbaut als Gemeinde und was unseren rechter Weise ermahnt und ermutigt. Und ich möchte für uns im Hören beten, dass du uns Ehrfurcht schenkst. Ehrfurcht vor deinem heiligen Wort. Schenke uns die Demut, uns belehren zu lassen und schenke uns die Bereitschaft, deinem Wort zu gehorchen. Amen. Nun, wir setzen heute diese Predigt-Serie durch den ersten Thessalonicher Brief fort. Und das heißt, dieser Text steht natürlich nicht für sich. Er steht in einem gewissen Kontext. Und wer vor drei Wochen hier war, der weiß, ist, dass wir am Ende von Kapitel 4 uns schon einmal mit dem kommenden Tag des Herrn beschäftigt haben. Dort ging es um eine konkrete Frage, die ganz offensichtlich bei einigen Menschen in der Gemeinde in Thessalonich eine ganz dringende, eine ganz existenzielle Frage war. Diese Gemeinde war von Paulus gegründet worden auf seiner zweiten Missionsreise. Und er schreibt diesen Brief gar nicht so lange nach der Gründung der Gemeinde aus Korinth. Und er schreibt nun an Christen, die sich dort versammelt haben, die zum Glauben gekommen sind und die nun erleben mussten in der Erwartung, dass der Herr bald wiederkommt. Die hatten eine echte Naherwartung. Die hatten die Erwartung, Jesus kommt. Und sie warteten auf ihn. Und die mussten jetzt erleben, dass Geschwister aus der Gemeinde starben. Plötzlich waren einige tot. Und jetzt stellt sich die Frage für die Thessalonicher, was ist jetzt mit denen, wenn Jesus wiederkommt? Sind die verloren? Gibt es für sie noch Hoffnung? Und Paulus schreibt ihnen und ermutigt sie und tröstet sie und sagt, ihr Lieben, wenn Jesus wiederkommt, dann wird er zuerst die im Glauben Verstorbenen auferwecken und dann uns mit ihnen zusammen, die wir noch leben, wenn der Herr wiederkommt, zusammen dem Herrn entgegenrücken. Das ist Trost. Und nun kommt er heute zu einer weiteren Frage, die sich vielen Christen, wahrscheinlich damals, genauso wie heute, aufdrängt. Ja, wann ist es denn dann soweit? Wann kommt denn der Herr wieder? Das ist eine Frage, auf die manche meinen, eine gute Antwort zu haben. Und ihr habt sicherlich auch schon von solchen Endzeit-Predigern gehört, die genau gesagt haben, wann es denn dann soweit sein soll. Ja? 15. April 2020 oder sowas. Nur andere sind ein bisschen vorsichtiger. Und die meinen, naja, das können wir nicht so genau wissen, aber wir wissen ziemlich genau, es wird sehr bald soweit sein. Das habe ich selbst von theologisch geschulten Geschwistern hier aus der Gemeinde gehört. Und ich habe es gehört, als ganz junger Christ einst, dass ein Ältester einer Gemeinde in einem Treffen unter Tränen, ein erwachsener, reifer Christ, unter Tränen sagte, dass der Herr ihm offenbart habe, dass er sich sicher sei, dass der Herr innerhalb der nächsten fünf Jahre wiederkommen werde. Und wir uns dringend darauf vorbereiten müssten. Und das ist inzwischen gut 15 Jahre her. Ich denke, er hat sich inzwischen etwas entspannt. Und ich auch. Und andere sind so entspannt, dass sie sagen, also, bevor der Herr wiederkommt, da muss noch ganz viel passieren. Lasst uns mal keine Panik machen und ganz entspannt bleiben. Nun, Gottes Wort sagt uns, dass solche Spekulationen, die derjenigen, die meint, es wird morgen soweit sein, genauso wie die, die sich sicher zu sein scheinen, dass es noch Jahre dauern wird, sehr gefährlich sind. Ausdruck von gefährlicher Unkenntnis. Das lesen wir noch einmal in den ersten drei Versen. Dort heißt es, von den Zeiten und Stunden, aber, liebe Brüder, ist es nicht nötig, euch zu schreiben. Denn ihr wisst genau, dass der Tag des Herrn kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen werden, es ist Friede, es hat keine Gefahr, dann wird sie das Verderben schnell überfallen, wie die Wehen eine schwangere Frau und sie werden nicht entfliehen. Also, wir können etwas ganz sicher wissen. Wir können ganz sicher wissen, dass niemand weiß, wann der Herr wiederkommt. Okay? Also, nicht in Panik verfallen, aber euch auch nicht in falscher Sicherheit wiegen. Der Herr wird wiederkommen. Das wissen wir gewiss. Und er wird wiederkommen, plötzlich und unerwartet. Hier wird das Bild gebraucht wie ein Dieb in der Nacht. Das ist das gleiche Bild, das Jesus selbst gebraucht hat. Wir haben das gerade gehört in der Textlesung aus Matthäus 24. Wie ein Dieb. Und Diebe haben die blöde Angewohnheit, dass sie sich nicht vorher anmelden. Hallo, ich hätte heute Abend mal vor, in ihr Haus einzubrechen. Können Sie bitte nicht da sein und am besten die Tür nicht abschließen? Das wäre praktisch. Diebe kommen einfach. Und die kommen typischerweise immer gerade dann, wenn du nicht damit rechnest. Vielleicht sogar gerade jetzt. Nein, keine Sorge. So wird es sein, wenn der Herr wiederkommt. Menschen werden nichtsahnend sein. Und dann kommt er. Plötzlich und unerwartet. Für die, die Jesus lieb haben, die auf ihn vertrauen, die letztendlich diesem Tag entgegenleben, ist das kein Problem. Ganz im Gegenteil. Für sie wird es ein Tag der Befreiung, ein Tag der großen Freude sein. Weil wenn der Herr wiederkommt, für alle, die auf ihn vertrauen, alles, was in dieser Welt vielleicht noch schwer ist, leidvoll ist, ein Ende haben wird, dann wird es vollkommen gut sein. Uns wird nichts fehlen. Ganz im Gegenteil. Es wird ein Leben in Fülle, im Überfluss. Vollkommene Freude. Freude bricht sich Bann, haben wir vorhin gesungen. So wird es sein. Aber die, die nicht auf den Herrn warten, die nicht auf ihn zuleben, die meinen, das ist ein Thema, mit dem kann ich mich vielleicht irgendwann noch mal beschäftigen. Für die wird es ein schrecklicher Tag sein. Ein Tag des Gerichts. Und dieser Tag, der kommt dann eben nicht nur plötzlich und unerwartet, er kommt dann auch so unaufhaltsam, dass man nicht mehr viel tun kann. So wie damals der Zug, der wegfuhr. Und ich hätte mich anstrengen können mit all meinem Gewicht und meiner ganzen Kraft. Ich hätte den Zug nicht aufhalten können. Hier gebraucht Paulus ein vielleicht für uns erstmal etwas ungewöhnliches Bild. Er spricht hier davon, dass es kommen wird, wie die Wehen eine schwangere Frau überfallen. Nun für die, die heute früh beim Taufgottesdienst dabei waren, war das sehr viel leichter zu verstehen, als für uns heute Abend. Aber vielleicht waren einige von euch im Juli dabei, bei unserem Taufgottesdienst. Und dort stand einer unserer Täuflinge, Andreas, und er sagte, eigentlich sollte meine Frau Jana heute mit mir gemeinsam getauft werden. Und sie hatte sich zehn Tage vorher hier in der Gemeinde vorgestellt, zur Mitgliedschaft und zur Taufe, mit einem ziemlich runden Bauch. Und an dem Sonntag, als die Taufe war, da hatten sich die Wehen einfach schon mal eingestellt, viel zu früh. Und die Tochter war geboren und Jana wurde erst heute getauft. Es war unaufhaltsam. Sie konnten nicht sagen, halt Kind, bleib noch mal drin. Ich habe doch noch vor, getauft zu werden vorher. Also hier sind nicht allzu viele Mütter im Raum, aber ich kann euch versichern, da gibt es nichts mehr, was ihr tun könnt. Und das ist genau das, was Paulus sagen will. Es gibt nichts mehr, was du dann noch tun kannst. Es kommt unaufhaltsam und es wird zu spät sein. Das ist die Warnung. Das ist die Warnung, die Paulus hier aussprechen möchte. Da werden Menschen sein, die leben vor sich hin und die sagen, alles ist gut, Frieden, Frieden, Frieden. Keine Gefahr. Vielleicht gehörst du in diese Gruppe. Und Paulus sagt, dann wird sie das Verderben schnell überfallen, wie die Wehen einer schwangere Frau. Und sie werden nicht entfliehen. Ihr Lieben, das sind warnende Worte. Der Herr wird wiederkommen. Und dann werden nur die bestehen können, die sich zuvor schon Jesus zugewandt haben. Die zuvor schon sich bereit gemacht haben für diesen Tag und für Jesus leben. Der wird es keinem mehr nutzen, zu sagen, ich war beim Atheist. Oder ich war Agnostiker. Ich dachte, man kann gar nicht wissen, ob es Gott gibt. Es wird auch nicht helfen, wenn du sagst, ich dachte, ich habe vielleicht noch Zeit. Nein, dieser Tag kommt. Und du weißt nicht, wann. Wenn du bisher noch nicht wirklich umgekehrt bist, wenn du dich bisher noch nicht wirklich darauf vorbereitet hast, deinem Schöpfer, dem Gott dieser Welt, gegenüber zu stehen, dann bitte ich dich. Lass dich warnen. Noch ist Zeit. Aber du weißt nicht, wie lange noch. Kehre um. Lerne Jesus kennen. Setz dich mit ihm auseinander. Vielleicht ist heute eine gute Gelegenheit, mit jemandem darüber ins Gespräch zu kommen. Aber verschiebe es nicht. Du weißt nicht, wie lange du noch hast. Und wir Christen, und ich gehe mal davon aus, das sind die allermeisten hier unter uns, auch wir sollten uns diese Worte zu Herzen nehmen. Der Tag des Herrn kommt. Und ihr Lieben, wir wissen nicht, wie lange wir noch Zeit haben, diese Warnung weiterzusagen. Und ich bin mir sicher, wir alle haben Freunde, wir alle haben vielleicht Verwandte, Menschen, die uns am Herzen liegen, die noch nicht zu Jesus gehören, die noch nicht bereit sind für diesen Tag. Ganz ehrlich, ich habe viele solche Menschen in meinem Leben. Und viel zu oft gehe ich sehr nonchalant damit um und denke, naja, ich lebe ihnen jetzt mal so ein bisschen meinen Glauben vor. Und vielleicht ergibt sich ja eine gute Gelegenheit. Und manchmal übermannt es mich und ich denke, bin ich denn verrückt? Ich weiß doch gar nicht, ob es überhaupt eine nächste Gelegenheit geben wird. Also über diese Predigt, nachgedacht habe, habe ich etwas getan, was ich keinem empfehlen kann, auch wenn ihr das vielleicht anders seht. Ich war mit meinen Töchtern in der Therme Erding. Und dann hat meine Frau sich mal um die Kinder gekümmert und ich habe mich mal in die Sauna gesetzt. Und ich saß alleine in der Sauna. Falls ihr doch schon mal da wart, es gibt so eine komische Kugeli oder so heißt die, so eine komische runde Sauna. Und ich bin alleine reingegangen und habe mich oben hingesetzt und hatte so den Eingang gegenüber vor mir. Und irgendwie wie auf einen Schiedsrichterpfiff kam einer nach dem anderen ein. Es war total verrückt. Ich saß alleine da drin und das Ding füllt sich auf einmal. Und ich dachte, und ich muss über diesen Text nachdenken. Und ich habe gedacht, hat Gott mir hier gerade eine Gemeinde hingestellt? Soll ich was sagen? Das ist kein Witz. Und da habe ich gesagt, nee, die Sauna, die wollen jetzt stiller haben. Die wollen jetzt, also lass ich bleiben. Habe ich bleiben lassen? Also ihr müsst euch keine Sorgen machen, dass irgendeiner sagt, euren Pastor habe ich schon mal kennengelernt in der Sauna. Der ist ja völlig durchgedreht. Aber nachher habe ich mich geärgert, weil ich gedacht habe, vielleicht war das die einzige Gelegenheit für einige des Evangeliums zu hören. Warum habe ich eigentlich nicht den Mumm gehabt, meinen Maul aufzumachen? Ihr Lieben, wir wissen nicht, wie lange wir noch Zeit haben. Und ich möchte euch wirklich herzlich einladen, macht Gebrauch von den Angeboten, die wir als Gemeinde immer wieder machen, um Menschen einzuladen, damit du vielleicht nicht selber dich in der U-Bahn hinstellen musst oder am Arbeitsplatz. Du kannst dir einfach einladen, du kannst einen Flyer weitergeben und sagen, hier kommt Ulrich Pazzani, der hat keine Scheu, Menschen einzuladen. Du kannst einladen zum nächsten Christian-Entdecken-Kurs, der im Januar stattfindet. Du kannst einladen zu jedem Gottesdienst, weil wie du eben schon gehört hast, wir werden immer Menschen auch einladen zum Glauben. Aber mach Gebrauch davon. Der Tag des Herrn kommt. Er kommt unerwartet und unaufhaltsam. Ab Vers 4 spricht Paulus dann ganz konkret Christen an und sagt ihnen, wie sie im Wissen um dieses kommendes Herrn leben sollen. Und kurz gesagt, er sagt ihnen, seid einfach, wer ihr schon seid. So einfach ist das. Seid, wer ihr seid. Ich lese uns die Verse 4 bis 8. Ihr aber, liebe Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass der Tag wie ein Dieb über euch komme. Denn ihr alle seid Kinder des Lichts und Kinder des Tages. Wir sind nicht von der Nacht noch von der Finsternis. So lasst uns nun nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Denn die schlafen, die schlafen des Nachts und die betrunken sind, die sind des Nachts betrunken. Wir aber, die wir Kinder des Tages sind, wollen nüchtern sein. angetan mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Lieber Christi, ich hoffe, du hörst den Zuspruch in diesen Versen. Was für eine großartige Zusage. Wir sind Kinder des Lichts. Wir sind Kinder des Tages. Paulus schreibt das in seinem Brief an die Gemeinde in Kolossee in ganz ähnlichen Worten. Aber vielleicht sind sie noch eine direktere Einladung für dich, diese Verse nicht nur so mit einer etwas gefrorenen Mimik zur Kenntnis zu nehmen, sondern mit Freude. Paulus schreibt im ersten Kapitel des Kolosserbriefs ab Vers 12, mit Freuden, mit Freuden sagt Dank dem Vater. Da darf man Gott sei Dank sagen. Mit Freuden sagt Dank dem Vater, der euch tüchtig gemacht hat zu dem Erbteil der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet von der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes, indem wir Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Und wenn du heute hier bist und Jesus Christus als deinen Retter und Herrn kennst, dann ist das wahr für dich. Das heißt, Gott hat dich versetzt. Du warst einst. Ob dir das bewusst war oder nicht. Ob du das so wahrgenommen hast oder nicht. Du warst einst in der Finsternis. Das Problem ist, mit Menschen, die in der Finsternis leben, die nehmen das oft gar nicht wahr. Die merken gar nicht, wie dunkel es ist, weil sie das Licht noch gar nicht kennen. Und so war das einst bei uns allen. Vielleicht hast du die Gnade gehabt, schon als kleines Kind das Evangelium gehört zu haben, sodass du dich gar nicht mehr daran erinnern kannst, dass du mal in der Finsternis gelebt hast. Vielleicht ist es bei dir so wie bei mir. Ich bin mit 26 zum Glauben gekommen. Ich kenne die Finsternis. Aber es ist wahr für jeden, der zu Jesus Christus gehört aufgrund des Glaubens. Gott hat in seiner Gnade eingegriffen und hat uns aus der Finsternis versetzt in das Reich des Lichts, in das Reich seines lieben Sohnes, wie es hier heißt. Er hat uns all unsere Sünde, alles, was zur Finsternis gehört, vergeben. Und er hat uns gebracht an einen Ort, wo das Licht strahlen kann. Und er hat das getan, indem er seinen eingeliebten Sohn in diese Welt gesandt hat. Diesen Sohn, der von sich selber sagte, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Das ist das Erste, was du hören musst. Diesen Zuspruch, du bist als Christ ein Kind des Lichts, ein Kind des Tages. Das Problem aber ist, dass wir die Kinder des Lichts sind, oft, weil wir immer noch im Fleisch leben, immer noch in unserer Sünden-Natur leben, oft uns aus dem Licht entfernen, immer wieder und uns in die Finsternis begeben. oft ganz unmerklich. Wir schauen einfach so zum Licht und dann gehen wir und dann wird es ein bisschen dunkler und dann wird es noch ein bisschen dunkler und es dämmert über uns und wir nehmen das gar nicht so ganz wahr und dann werden die Augen irgendwann träge und wir sind nicht mehr ganz nüchtern und dann irgendwann schlafen wir ein. Wach auf ist was Paulus hier sagt. Er sagt schlaf nicht wach auf lasst uns nicht schlafen wie die anderen sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Die schlafen des Nachts und die betrunken sind die sind des Nachts betrunken aber doch nicht wir wir sind doch Kinder des Tages wir sollen nüchtern sein und so ist das eben auch nicht nur ein Zuspruch sondern ein Aufruf sei wachsam bist du wachsam bist du nüchtern und wenn hier von Trunkenheit und nüchtern die Rede ist dann bezieht sich das nicht allein auf Alkohol und Trunkenheit aber es bezieht sich auch auf Alkohol und Trunkenheit das heißt wenn du damit zu tun hast möchte dich herzlich ermahnen das ist der sichere Weg in die Finsternis es vernebelt unsere Sinne und es hilft uns nicht so zu leben dass wir wachsam sind und bereit sind für die Wiederkehr des Herrn aber es gibt viele andere Dinge die in diese Kategorie mit hineinfallen viele Dinge die uns letztendlich dazu bringen nicht mehr wachsam zu sein also gibt es Dinge in deinem Leben gibt es Dinge die so sind dass sie dem Licht eigentlich nicht standhalten ich habe zwei Töchter zu Hause und manchmal höre ich so giggeln im Zimmer und dann gehe ich ran und dann mache ich das Licht an und dann zuckt es manchmal zusammen könnt ihr euch vielleicht vorstellen vielleicht bei euch selber noch nicht so lange her da war irgendwas im Gange was nicht ganz so okay war so wie wäre das wenn Gott in dein Leben kommt und das Licht anschaltet gibt es was was du schnell gerne unter der Bettdecke verstecken würdest etwas was du gerne ausblenden würdest gäbe es etwas wo du sagst Moment Moment noch Moment noch jetzt gerade nicht gleich gleich dann gibt es kein gleich mehr erlieben Paulus ruft uns hier dazu auf wachsam zu sein uns immer wieder heraus zu bewegen da wo Dunkelheit kommt schnell wieder zum Licht immer zum Licht sei was du schon bist du bist ein Kind des Licht lebt im Licht ihr Lieben und wir haben alle diese Tendenz nicht wahr das ist Teil unserer Sünden Natur wir haben alle diese Tendenz ich weiß das nur zu gut ich habe diese Tendenz mich immer wieder aus dem Licht zu entfernen es gibt Dinge es gibt Sünden in meinem Leben die auf einmal süßer scheinen als einfach treu für Gott zu leben und dann denke ich ach der wird schon nicht gleich wieder kommen und er ist ein gnädiger Gott das passt dann schon irgendwie und dann fängt der Heilige Geist an zu wirken und er überführt mich und er zeigt mir meine Sünde und er sagt Matthias was bist du denn für ein Typ manchmal spricht der Heilige Geist durch andere Menschen wenn meine Frau zu mir sagt Herr Pastor dann weiß ich genau was los ist ihr Lieben wenn Gott so eingreift in unser Leben und ich bin mir sicher das tut er in deinem Leben wenn du Christ bist weil dann hast du seinen Heiligen Geist und dieser Geist überführt von Sünde da möchte ich ermutigen und ermahnen den Geist nicht zu dämpfen und zu sagen da will ich jetzt nicht drüber nachdenken das ist gerade unangenehm das will ich jetzt gerade nicht ich will jetzt hier weitermachen das erscheint mir gerade besser nein gib dem Geist Raum und flieh zurück ins Licht denn du bist ein Kind des Lichts und dann gehörst du nur manchmal ist die Finsternis nicht eine nur unseres Herzens manchmal ist die Finsternis eine die um uns herum ist ich weiß dass hier Geschwister im Raum sitzen die im Moment ringen damit dass sie sehr bewusst erleben dass sie in einer finsteren Welt leben ich weiß von Geschwistern die mit Depressionen zu kämpfen haben ich weiß von Geschwistern die einfach großes Leid in ihrem Leben im Moment warum das sind Momente wo auch Zweifel kommen können ist da wirklich Licht wo ist dieses Licht kann ich wirklich darauf vertrauen und dann ist es wichtig dass wir immer wieder uns auf dieses Licht besinnen dass wir uns diesem Licht zuwenden dass wir uns daran erinnern dass ja es ist gerade finsterste Nacht aber ich weiß ich weiß dass es schon mal hell war und ich weiß vor allem dass es wieder hell werden wird ich weiß dass einmal dieses Licht in die Welt gekommen ist der von sich gesagt hat ich bin das Licht der Welt und ich weiß dass er wieder kommen wird und dann kann ich auch die Finsternis durchstehen und damit wir das tun können hat Gott uns angetan wie es hier in Vers 8 heißt angetan mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe und dem Helm der Hoffnung auf das Heil das ist eine Rüstung die Gott uns gegeben hat das sind Geschenke Gottes das sind gute Gaben Glaube Liebe Hoffnung aber es ist auch eine Rüstung die du immer wieder anziehen musst die wir alle immer wieder anziehen müssen und so möchte ich dich ermutigen zieh diese Rüstung des Glaubens an indem du dich fütterst mit der guten Speise aus Gottes Wort das allein wird dein Glauben stärken besinn dich immer wieder neu auf das Evangelium besinn dich auf die Liebe Gottes zieh diese Liebe Gottes an die ausgegossen wurde in dein Herz und die gegründet ist darin dass Gott der Gott der Liebe ist der die Liebe letztendlich in Person ist dass dieser Gott gekommen ist und aufgrund seiner großen Liebe all deine Finsternis all deine Sünde auf sich genommen hat am Kreuz hing und vielleicht weißt du was geschah als Jesus dort am Kreuz hing mitten am Tag drei Stunden lang hing er dort da war keine Sonne da war Finsternis drei Stunden lang weißt warum weil Gott damit etwas zum Ausdruck bringen wollte Gott ist der Herr über alle diese Dinge und er hat bewusst diese Finsternis dort gegeben um zu zeigen hier in diesem Moment ist alle Finsternis auf ihm die ganze Finsternis die ganze Sünde der Welt liegt auf ihm der ganze Zorn Gottes kommt auf ihn Lass die Stärken in deinem Wissen um die Liebe die einzigartige Liebe Gottes der dort sein Leben für sich gab und dann lass die Stärken in deiner Hoffnung dass Jesus den Tod überwunden hat dass er auferstanden ist von den Toten ist die großartige Gewissheit die wir haben dürfen Jesus hat der Finsternis ein Ende bereitet am Ostermorgen mit den ersten Sonnenstrahlen auferstanden von den Toten siegreich über Tod und Finsternis wir brauchen diese Stärkung damit wir als Kinder des Lichts weiter im Licht leben dass wir uns antun mit dieser Rüstung aus Glaube Liebe Hoffnung Gottes Wort sagt uns zu dass das deine sichere Bestimmung ist als Christ ist interessant wir könnten jetzt andererseits denken schaffe ich das schaffe ich das überhaupt diesen Aufruf seid bereit lebt im Licht bin ich wirklich bereit jetzt bin ich gerade wieder nicht bereit jetzt kann der Herr gar nicht wiederkommen was ist denn dann habe ich die Rüstung wirklich gut an oder sitzt die vielleicht ein bisschen schlampig wie sieht es denn jetzt gerade aus und das könnte uns richtig in Angst führen in Unsicherheit ich denke es kommt nicht von ungefähr dass Paulus genau in diesem Zusammenhang jetzt in Versen 9 und 10 eine großartige Zusage macht wenn er sagt Gott hat uns nicht bestimmt zum Zorn sondern dazu das Heil zu erlangen durch unseren Herrn Jesus Christus der für uns gestorben ist damit wir wachen oder schlafen wir zugleich mit ihm leben das heißt Paulus sagt schau letztendlich ja du sollst schaffen mit Furcht und Zittern dass du selig wirst sei bemüht dass du bereit bist sei wachsam und nüchtern und zugleich weißt doch um deine Berufung weißt doch um deine Bestimmung Gott hat dich bestimmt fürs Heil der Zorn wurde über Jesus ausgegossen so damit du wenn du auf ihn vertraust das Heil ererben wirst das ist das ist dieses Spagat das wir immer wieder in der Bibel finden der Aufruf zum selber tun und gleichzeitig der Zuspruch dass Gott alles für dich tut er ist der Anfänger deines Glaubens und der Vollender deines Glaubens und zugleich sagt uns Jesus der uns den Glauben schenkt und bewahrt tut Buße und glaubt der Aufruf zu handeln und der Zuspruch dass Gott für uns handelt und das steht hier miteinander das ist von daher lieber Christ bei allem Streben bei allem Streben danach der Finsternis zu fliehen nüchtern und wachsam zu sein darfst du dich gleichzeitig geborgen wissen geborgen wissen bei deinem Herrn der dich nicht bestimmt hat zum Zorn sondern zum Heil und das egal ob du lebst oder vorher stirbst er hat das nur am Rande bemerkt dieses Wort Schlafen hat jetzt nichts mit dem Schlafen vorher zu tun dieses Schlafen hat zu tun mit dem was wir in Kapitel 14 hatten mit dem Entschlafen sein mit dem Tod sein hier geht es darum ob du lebst oder tot bist solange du lebst sollst du möglichst wach sein das heißt wiederum nicht dass du nicht nachts schlafen darfst das heißt dass du wachsam bist und wenn dein Leben vorbei ist dann darfst du getrost einschlafen und wissen der Herr wird dich auferwecken und dich sicher zu sich bringen das ist der Zuspruch also der Tag des Herrn kommt er kommt unerwartet und ununterfallsam deshalb sollen wir bereit sein und im Licht leben und gleichzeitig dürfen wir vertrauen auf Jesus und schließlich schließlich endet unser Predigtabschnitt mit Worten die Paulus jetzt an die Gemeinde richtet und sagt ich habe einen Weg für euch wie ihr so leben könnt ermahnt euch untereinander und einer erbaue den anderen wie ihr auch tut interessant wir leben in einer total individualistischen Welt und da geht es eigentlich immer nur um mich und Jesus oder überhaupt nur um mich aber in der Bibel geht es fast immer um uns und um miteinander und füreinander und das sehen wir auch hier ja du bist ganz persönlich herausgefordert wachsam und nüchtern zu sein du bist ganz persönlich aufgefordert immer wieder deinen Glauben zu stärken der Liebe Gottes in deinem Herzen viel Raum zu geben deine Hoffnung auf die Ewigkeit zu füttern und auch gleichzeitig sind wir dazu aufgerufen einander dabei zu helfen wir brauchen Hilfe denn wir verlieren das Ziel immer wieder aus dem Auge so geht es uns doch oder ich meine wer ist heute hierher gekommen und gesagt ich bin jetzt eigentlich bereit dafür dass Jesus wieder kommen kann wer wenn er ganz ehrlich mal in sich selber reinschaut wird sagen naja es gab schon mal Phasen in meinem Leben da war ich vielleicht eher bereit als heute so und da wirkt Gott jetzt in der Gemeinschaft in der Gemeinschaft des Lichts in der Gemeinschaft der Kinder des Lichts denn er er möchte die Gemeinschaft gebrauchen um uns immer wieder aufzurütteln anzustupsen vielleicht braucht ein Ehemann das gerade mal anzustupsen aufzuwachen damit wir wachsam sind und nüchtern sind deswegen hat Gott dich heute hierher geführt davon bin ich überzeugt damit du diese Predigt hörst und sie dich hoffentlich wachrüttelt und dir hilft bereit zu sein und dazu hat Gott dich gerufen in die Gemeinschaft der Gläubigen als Christ bist du berufen nicht nur dem Haupt Jesus zuzugehören sondern auch in seinem Leib zu leben als Glied ein Mitglied an anderen zu sein und die sind dazu da dass sie dass sie dich mal wieder anstupsen aufwecken ermutigen wenn es schwer ist ermahnen wenn du es nötig hast es ist so leicht es ist so leicht sich aus der Gemeinde zurückzuziehen es ist so leicht sich vom Herrn zurückzuziehen und auch das kennen wir doch alle oder das gute Vorhaben ich lese jeden Tag meine Bibel ich mache stille Zeit ich will meinen Glauben stärken ich will meine Hoffnung präsent haben und so lese ich meine Bibel jeden Morgen und dann nehme ich mir Zeit und bete und dann ist aber auf einmal so viel los na gut also im Moment passt das gerade ich mache es aber bald wieder ist jetzt im Moment Prüfungsphase oder in der Arbeit viel los oder was auch immer dann gewöhnen wir uns daran das nicht zu machen und dann merken wir irgendwann dass wir es gar nicht mehr machen oder wir kommen in die Gemeinde jeden Sonntag und ich weiß ich brauche Gemeinde das ist eine gute Sache ich brauche Gemeinschaft aber jetzt ist Sonntag mal was anderes dran und ja nächsten Sonntag da muss ich eigentlich da hin und dann ja das Wetter ist so gut und dann dies und jenes und irgendwann ist das Sonntag in die Gemeinde gehen mal ganz ehrlich wir leben aus der Gnade wir wollen ja nicht gesetzlich sein wer braucht das schon Satan flüstert hier ein das brauchst du alles nicht Bibel lesen ist nicht schlecht aber hey lass dir bloß nicht einreden das wäre so wichtig wir leben allein aus der Gnade Gemeinde nicht schlecht wenn man eine gute findet also eine richtig gute findet man aber meist nicht aber nein Gott sagt dir wir brauchen das ermahnt euch untereinander einer erbaue den anderen die Thessaloniche haben das getan und das wünsche ich mir für uns als Gemeinde das wünsche ich mir dass wir Acht haben aufeinander dass ich dass ich schaue ist der Bruder die Schwester ist mein Mitglied diese Woche da warum eigentlich nicht ok schaue ich nächste Woche nochmal ist wieder nicht da vielleicht vielleicht sollte ich mal anrufen vielleicht sollte ich mal was auch immer schicken und Kontakt aufnehmen und nachfragen gibt bestimmt einen guten Grund aber aber wisst ihr wenn jemand ein bisschen schlummerig wird dann ist so ein leichtes Anstupsen oft reicht schon aber wenn er fest eingeschlafen ist dann wird es schwer und das brauchen wir oft auch selber nicht wahr wir brauchen Geschwister die uns ermutigen und auch mal ermahnen ihr Lieben das ist mein Gebet für uns heute Abend der Tag des Herrn kommt er kommt unerwartet wenn du dir sicher bist dass er diese Woche nicht kommt und er kommt unaufhaltsam darum sei bereit sei im Licht vertrau auf Jesus und finde Geschwister mit denen du dich gegenseitig immer wieder ermahnen und ermutigen und erbauen kannst bis der Tag kommt und dafür bete ich himmlischer Vater danke danke dass du uns durch dein Wort nicht im Dunkeln lässt dein Wort ist unseres Fußes Leuchte dein Wort bringt Licht in die Dunkelheit danke dass dein Wort uns herausgerufen hat aus der Finsternis in der wir alle einst gefangen waren danke dass wir das Licht der Welt erkennen durften her danke dass wir mit dir leben dürfen und wir wollen dir bekennen die Bereiche in unserem Leben in denen das Licht etwas schummrig geworden ist die Ecken in denen Dunkelheit eingezogen hat vielleicht machen wir das sogar ganz bewusst in einem Moment der Stille lasst uns Gott bekennen was wir ihm bringen wollen in aller Stille bringen Dinge ans Licht lieber Vater danke dass dir nichts verborgen ist auch das was wir dir vielleicht in der Stille gerade gesagt haben du weißt es schon aber danke dass Kraft darin liegt wenn wir das Finsternis Licht bringen und wir wollen dich bitten dass dein Licht wieder mehr uns durchströmt und dass wir wieder mehr für dich leben und ich möchte zugleich beten dass wir alle fest auf dich vertrauen den Anfänger und Vollender unseres Glaubens der uns sicher nach Hause bringen wird denn das ist die Bestimmung zu der du uns aus der Finsternis herausgerufen hast ja und wenn jemand hier ist heute Abend der noch in der Finsternis lebt dann bete ich dass er dass sie nicht nach Hause geht ohne ganz aktiv geworden zu sein um das Licht zu finden ja und dann können wir beten voller Erwartung komm Herr Jesus Amen Amen